Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen bei deinem neuen Aktiencheck von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp und natürlich werden wir auch heute wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentideen mehr verpassen möchtest, abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke und unterstütze uns auch sehr gern mit einer YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. In unserem letzten ETF-Check haben wir gesprochen über den MSCI World und heute schauen wir uns eine tolle Ergänzung an, nämlich den MSCI Emerging Markets. Und was macht dieser eigentlich? Der MSCI Emerging Markets umfasst die Aktien von etwa 1200 Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, sogenannten Large und Mid-Caps aus 26 Schwellenländern. Zudem knüpft MSCI die Indexzugehörigkeit an einige Parameter wie Wirtschaftswachstum, Größe, Liquidität und Marktzutrittsbeschränkungen. Insgesamt bildet der MSCI Emerging Markets ca. 13% der weltweiten Marktkapitalisierung ab. Als nächstes schauen wir uns an, wie ist eigentlich die regionale Verteilung und du siehst ja auf der Karte natürlich rechts erstmal, wo du überhaupt investierst, wenn du Anteile am MSCI Emerging Markets kaufst. Wir sehen 39,95%, also fast 40% sind in chinesische Aktien investiert. Das bedeutet, wenn du 100 Euro in diesen MSCI Emerging Markets investierst, gehen 40 Euro davon in Unternehmen aus China. 13,27% gehen in Unternehmen aus Taiwan, 13,22% in Unternehmen aus Korea. 8,81% gehen in Unternehmen aus Indien, 3,48% gehen in Unternehmen aus Südafrika, Brasilien 3,42%, Russland 2,79%, Saudi-Arabien 1,88%, Thailand 1,77%, Mexiko 1,62% und die restlichen Emerging Markets, da gehört z.B. auch Polen mit dazu, stellen 9,77% dieses ETFs. Du siehst, und das finde ich eigentlich auch ziemlich interessant und auch ganz gut, dass 40% davon in China investiert werden, also China, wir wissen ja selber, strebt ja oder ist auf dem Weg dahin, die USA irgendwann von der Wirtschaftsleistung zu überholen, das ist ja auch hier erklärtes Ziel und somit, wenn du 100 Euro investierst, gehen 40 Euro exakt nach China oder eher in chinesische Unternehmen und du nimmst daran teil natürlich an dieser Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Was mir auch gut gefällt, ist Indien mit 8,81%, weil auch sie sind natürlich eine enorm stark wachsende Volkswirtschaft. Als nächstes schauen wir uns jetzt die Währungsverteilung an. Hongkong-Dollar 19,72%, Taiwan-Dollar 13,27%, Südkoreanische Won 13,16%, US-Dollar 12,99%, Indische Europien 8,76%, Chinesische Jouan 5,17%, der Euro 3,57%, Brasilianische Real 3,42%, Südafrikanischer Rand 3,26%, Sonstige 14,78% und nochmal Sonstige 1,99%. Also du siehst, der Großteil fließt in Hongkong-Dollar, in neuer Taiwan-Dollar und in den südkoreanischen Won, dann natürlich aber auch noch gefolgt von den US-Dollar. Schauen wir uns als nächstes an, was sind eigentlich die Branchen, in die dieser MSCI investiert. 20,78% der Investments fließen in IT-Unternehmen, 19,06% in zyklische Konsumgüter. Financials, also die gesamte Finanzindustrie der Emerging Markets, stellt hier 17,71%, Kommunikation 12,16%, Materialien 6,93%, nicht-zyklische Konsumgüter 5,5%, Gesundheitsversorgung 4,6%, Energie 4,38%, die Industrie stellt 4,11% dieses ETFs, die Immobiliengesellschaften 1,93%, Versorger 1,84% und andere Segmente sind noch mit einem Prozent mit dabei. Also wir sind doch stark fokussiert auf IT, zyklische Konsumgüter, Financials, Communication und Materialien, sowie nicht-zyklische Konsumgüter. Mir gefällt es nicht so wirklich, dass die Gesundheitsversorgung nur mit 4,6% mit dabei ist. Schauen wir uns die Top 10 Holdings an und auf Platz 1 sehen wir Taiwan Semiconductor mit 6,44%, dicht gefolgt von Tencent mit 6,26%, Alibaba 5,95%, Samsung Electronics 4,84%, MyTuan Dianping 2,05%, Nespa 1,24% und dann siehst du den iShares MSCI Brasil. Ja, weil ich habe diese Übersicht aus dem Factsheet von iShares und iShares deckt in ihrem MSCI Emerging Market auch hier einen Teil Brasilien über ihren eigenen ETF mit ab. Wir sehen JD.com ist mit 0,95% dabei, NIO mit 0,91% und die China Construction Bank mit 0,9%. Insgesamt stellen die 10 größten Holdings 30,22% dieses ETFs. Also was bedeutet das, wenn du 100 Euro investierst, gehen aktuell 6,44 Euro in Taiwan Semiconductor. Machen wir weiter und wie hat sich der MSCI Emerging Markets eigentlich entwickelt? In den letzten 12 Monaten ging es um 29,6% nach oben, in den letzten 3 Jahren um 19,1%. In den letzten 5 Jahren ging es sogar um 93% nach oben, also fast verdoppelt in 5 Jahren, das kann sich doch sehen lassen. Was sind eigentlich die Kosten? Ich habe verschiedene Anbieter gefunden. Die jährlichen Kosten erstrecken sich im Schnitt zwischen 0,14% bis 0,65%. Der günstigste Anbieter, den ich gefunden habe, ist Luxor mit 0,14%. Der teuerste Anbieter ist die DK Bank mit 0,65%. Wie immer gibt es 4 Arten von ETFs. Physisch ausschüttende, also man unterscheidet in physisch und swapbasierte ETFs. Physische ETFs sind ETFs, wo die Anbieter tatsächlich die Aktien auch wirklich kaufen. Swapbasierte sind, wo sie dir einfach nur die Rendite des Index geben, aber sie müssen nicht die Wertpapiere kaufen, für die sie dir auch einfach die Rendite garantieren. Dann ist immer noch die Frage, ob man einen ausschüttenden ETF nimmt oder einen thesaurierenden ETF. Ausschüttend macht natürlich dann Sinn, wenn man den Sparerpauschbetrag noch nicht ausgereizt hat und du erhältst somit auch als kleinen Bonus immer wieder eine kleine schöne Dividende alle paar Monate. Tipp hier, einfach wieder reinvestieren in das gleiche Anlageprodukt. Persönlich würde ich immer ausschüttende ETFs bevorzugen, bis mein Sparerpauschbetrag ausgereizt ist. Anschließend würde ich doch dann weiter in thesaurierende investieren. Das bedeutet, sie legen für dich automatisch die Dividende wieder an. Wichtig ist natürlich immer, wenn wir ETFs betrachten. Es ist eigentlich egal, wie hoch die Gesamtkostenquote, der sogenannte TER ist. Wichtig ist die Tracking-Differenz und das findest du auch in meinem Factsheet. Da siehst du, wie hat der Index im Vergleich zum ETF abgeschnitten und teilweise gibt es auch ETFs, die eine negative Tracking-Differenz haben. Das bedeutet, nach Kosten sind sie, weil sie ja immer noch antizyklisch nachkaufen und das regelmäßig, sind sie tatsächlich besser als der Index, den sie eigentlich abbilden wollen. Was sind die aktuellen Anbieter des MSCI Emerging Markets, die ich gefunden habe? Einmal die Dekabank, iShares, Luxor, UBS, Amundi, HSBC, Spyder, Invesco und X-Trackers. Persönlich bespare ich aktuell den von X-Trackers. Schauen wir uns an, wo in Deutschland sind eigentlich die MSCI Emerging Markets ETF besparbar? Und ich habe bei eigentlich allen Anbietern, die mir bekannt sind, welche gefunden. Wenn du noch einen kennst, den ich hier nicht auf dieser Liste habe, schreib mir den gerne in die Kommentare und er wird dazu genommen. Was ist jetzt eigentlich mein Fazit? Ich glaube, wir haben mit dem MSCI Emerging Markets ein tolles Investment-Tool, um in die Schwellenländer zu investieren. Er ist kostengünstig, er diversifiziert unser Depot, er ist sparplanfähig. Und was bedeutet jetzt Depotanteil? Ich persönlich bin überzeugt, dass jeder, der mit der Altersvorsorge anfangen möchte, sollte ein ETF-Depot machen und das sollte aus Minimum zwei ETFs bestehen. Einmal zu 70 Prozent, den MSCI World, den haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und zu 30 Prozent sollte man besparen die Emerging Markets. So hat man eigentlich die komplette Welt umrundet, das regelmäßig, am besten monatlich, einen festen Prozentsatz des Einkommens. Und schon ist der Weg ins Alter nicht mehr so steinig und schwer. Jetzt interessiert mich natürlich wie immer deine Meinung. Hast du den MSCI Emerging Markets in deinem Depot? Besparst du ihn? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Und nächste Woche schauen wir uns den Euro Stocks an und dann, nachdem wir uns diesen angeschaut haben, wird es dann doch nochmal ein bisschen interessanter, weil dann gehen wir nämlich in branchenspezifische ETFs oder verschiedene Anbieter, wie zum Beispiel auch ARK. Also, jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao!